Sport ist gesund, das weiß doch jedes Kind. Herz-Kreislauf-Patienten, insbesondere nach einem Herzinfarkt, benötigen eine ganz spezielle Sport- und Bewegungstherapie, die sich ihrer krankheitsbedingten Leistungsfähigkeit anpasst und obendrein noch Spaß macht. Am besten in einer Herzgruppe. Bei einer Herzgruppe handelt es sich um ärztlich betreute Gruppen, die ihre Mitglieder unter Anleitung von qualifizierten Fachkräften dazu befähigen, der Erkrankung aktiv entgegenzutreten. Doch bevor es in der Herzgruppe richtig losgehen kann, erfolgt eine gründliche Untersuchung mittels BelastungseKG beim Hausarzt oder Kardiologen. Das gibt Sicherheit vor Überlastungen und ermöglicht dadurch bestmögliche sporttherapeutische Maßnahmen. Ihre Belastungsuntersuchungsergebnisse sind in Ordnung. Sie können in den Herzgruppen ein weiteres, ich denke, therapeutisches Ziel erreichen und deswegen würde ich Ihnen das empfehlen. Nun stellt sich die Frage, wie komme ich zu einer Herzgruppe und dazu ist einfach zu wissen, dass es Formulare gibt der Krankenkassen und der gesetzlichen Rentenversicherung. Diese müssen ärztlich ausgefüllt werden, werden verordnet und müssen danach von den Krankenkassen genehmigt werden. So, jetzt kann es richtig losgehen. In der Gruppe macht Bewegung am meisten Spaß. Sie gewinnen neue Freunde und können sich gegenseitig motivieren. Manchmal kommen auch ganz besondere Gäste in die Herzgruppen. Hartwig Gauder, er ist Olympiasieger und Weltmeister im Gen und Mitbegründer der Walking-Bewegung in Deutschland. Und er ist ein Herzpatient. Ich unterstütze die Arbeit der Deutschen Gesellschaft für Prävention und Rehabilitation und natürlich auch die Arbeit der Herzgruppen, weil ich selbst einen Schicksalsschlag erlitten hatte und Probleme mit meinen Herzen hatte und weiß, warum es so wichtig ist, dort unter Anleitung Sport treiben zu können. Entsprechend der regionalen Angebote trifft sich die Herzgruppe für 60 bis 90 Minuten. In dieser Zeit finden verschiedene Übungen statt, die Ausdauer, Beweglichkeit, Koordination und Kraft fördern sollen. Ein Fachübungsleiter gestaltet in Absprache mit dem Herzgruppenarzt ein auf den Patienten bezogenes Herzgruppenprogramm. Vorteil der Herzgruppe ist dabei die ständige Präsenz des Arztes. Das Ziel der Herzgruppen besteht darin, die Folgen der Herzerkrankung zu kompensieren. Ein wichtiger Punkt für die ganzheitliche Therapie ist dabei die Gesundheitsbildung. Denn heute weiß man, dass Patienten, die gut Bescheid wissen, bessere Fortschritte in der Therapie machen, also einen besseren Krankheitsverlauf haben. Das hängt damit zusammen, dass circa 50 Prozent des Therapieerfolges durch Lebensstiländerung und das Selbstmanagement des Patienten beeinflusst werden. Deshalb muss man lernen, wie man mit der Krankheit umgeht. Aber vor allem soll gemeinsames Lernen und gemeinsame Bewegung in der Herzgruppe Spaß machen. Daher legt man großen Wert auf ein abwechslungsreiches und vielfältiges Programm, was gemeinsam mit den Teilnehmern erarbeitet wird. Dazu gehören viele Aktivitäten, auch wie zum Beispiel Walking, hier mit Hartwig Gauder. Aber auch Schwimmen und Bewegen im Wasser bringt sehr viel Freude und tut unheimlich gut. Sport in der Herzgruppe kommt gut an. Ich bin schon mehrere Jahre dabei und fühle mich hier sehr wohl. Wir sind auch eine dürfte Gruppe. Seit ich regelmäßig die Herzgruppe besuche, geht es mir viel besser. Patienten, die keine Verordnung mehr erhalten, haben die Möglichkeit des Angebotes der Nachfolgegruppe der DGPR. zwei. zwei. Untertitelung des ZDF, 2020